Julia Wetzel liebt Musik. Die 16-Jährige hat schon viele Preise bei Musikwettbewerben gewonnen. Ihre Blockflöten sind ihr ein und alles. Woher seine Julia ihr musikalisches Talent hat, weiß der Vater nicht. Ich versuch's manchmal. Ich spiel manchmal was vor, was mir gefällt. Da springt sie überhaupt nicht drauf an. Die mag ihre alte Musik. Ich hab da keine Klappen oder irgendwelche Ventile. Ich bin direkt auf den Löchern drauf. Wenn ich den Finger weg mache, dann kommt die Luft an meinem Finger vorbei. Es macht wahnsinnig Spaß mit Julia zu arbeiten, weil sie sich so dafür interessiert. Und weil sie alles, was ich ihr versuche beizubringen, sie sich erstmal dafür interessiert und probiert es auch zu lernen. Und weil sie so clever ist, weil sie so alles versteht. Julia Wetzel hat bereits mehrere Stücke komponiert, mit verschiedenen Geräuschen experimentiert. Geist. 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 Musik Ich mach Musik Fertig